Ich finde es super, dass es eine Auszeichnung im Bereich effektiver Markenkommunikation gibt. Denn das ist natürlich ein toller Beleg für unsere Arbeit, die wir hier alltäglich in der Agentur vollführen. Und man hat immer so viel Stress und so einen intensiven Austausch auch immer mit dem Kunden zusammen. Und das ist einfach der optimale Beleg, dass die Kommunikation, die wir hier entwickeln, funktioniert. Und es ist natürlich auch schön, wenn man selber so ein Award gewinnt und dann natürlich auch Anerkennung für bekommt. Sowohl für die Projektarbeit als auch für die Marke. Und es ist natürlich ein schöner Beleg auch dafür, dass man sieht, dass die Marke oder die Kommunikation wirkt und dass die Marke vorangetrieben wird.